Das ist Dominik, einer der besten Tennisspieler der Welt und sein Aufschlag wird über 200 kmh schnell. Und das bin ich, ein absoluter Tennis-Noop, der keine Ahnung hat, wie schnell 200 kmh sind. Wenn ich einen der nächsten fünf Aufschläge von dir reinspiele, dann kriege ich 100 Franken, okay? Deal, machen wir. Die ersten vier Aufschläge verliefen wie erwartet. Aber beim fünften ist das passiert. Und wenn dir solche Videos gefallen, lasst ein Abbo da. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich reich, wie Rosche.